Hallo ihr Lieben! Ich habe hier ganz tolle Kekse heute von Aldi. Die probiere ich jetzt zum ersten Mal. Die sind mit Erdbeeren. Eigentlich stehe ich gar nicht so auf Erdbeeren. Also Erdbeeren schon, ganz frisch aus dem Garten. Das ist so am liebsten. Aber so mit Waffeln in Verbindung und das ganze Künstliche, sage ich jetzt mal, ist nicht so meins. Ich mag auch kein Erdbeereis, muss ich dazu sagen. Das esse ich auch nicht. So, mal probieren. Ja, riecht sehr nach Erdbeeren. Sehr erdbeerig. Kann man mal essen. Ich würde euch auch nicht davon abraten. Ich würde es euch sogar empfehlen. Wer auf Erdbeeren steht, dem wird es schmecken. Garantiert. Also, probieren! Tschüss! Danke fürs Schauen! Tschüss! 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 Tschüss!